Du, Pilot, dieses Manöver, wie nennst du es? Der umgekehrte Protonendrift. Beeindruckend. Wie heißt du? Luke Skywalker, Sir. Skywalker? Ich kannte mal einen Skywalker. Ähm, Lord Vader? Oh ja, genau. Die Macht ist stark in dir. Du erinnerst mich an mein junges Ich. Ich werde dich lehren. Wow. Lord Vader, ich wünschte, ich wäre so stark wie ihr. Dann komm mit mir. Eigentlich will ich noch stärker sein. Die Augen können dich täuschen. Traue ihnen nicht. Aber ich kann noch sehen. Fest zugreifen. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Hihihi, das kitzelt. Versuch's mir so. Jetzt du. Alter. Fugrick. Untertitelung des ZDF für funk, 2017